Hey da draußen, hier ist wieder der Flex von Strong & Flex. Heute gibt es eine weitere Mobility Routine für die Wirbelsäule. Diesmal arbeiten wir in Beugung und Streckung, Flexion und Extension. So, bevor jetzt munter drauf los mobilisiert wird, geben wir der Wirbelsäule erstmal eine Auszeit von der Schwerkraft über einen Hang. Mach dir bewusst, wenn du stehst, gehst, sitzt, läufst, bist du immer komprimiert über Gewicht, Körpergewicht und Schwerkraft. Und in dem Moment, wo du dich über den Kopf festhältst, drehst du die Schwerkraft um und schaffst jetzt in dem Fall auch natürlich Raum in deiner Wirbelsäule. Wenn du schon darin geübt bist, dann kannst du natürlich frei hängen. Ich strapeziehe jetzt hier mal die Stange unter Volllast. Also, wenn du ein Rückenthema hast, dann manipuliere ein bisschen deine Beckenposition, mach ein bisschen Po- und Bauchspannung, dann kriegst du da unten keine Kompression. Und wenn du nicht so fortgeschritten bist, dann hängst du in einem Teilhängen, stellst die Füße auf den Boden. Vielleicht hast du ja auch nur so eine Stange in der Tür oder hast Ringe, die du entsprechend der Höhe verstellen kannst. Das heißt, ich kann jetzt hier auf meinem Paleo-Chair stehen oder selbstredend, denn wir machen es ja täglich, frei hängen, verbring dort eine Minute, tief und regelmäßig atmend, gerne mit der Ausatmung, Brustkorb nach unten pressen. Dann kriegst du ein bisschen mehr Dehnung im Schulterbereich vorne in der Brust und einatmend, gib die Schultern frei. Weiter zum nächsten Schritt. So, sitzen tut die Menschheit natürlich grundsätzlich zu viel und leider auch starr, es sei denn, du bist schon ein glücklicher Besitzer eines Paleo-Chairs und kannst hundert verschiedene Positionen einnehmen. Aber selbst auf einem herkömmlichen Stuhl gibt es die Möglichkeit, eine tolle Rückenübung zu machen, beziehungsweise eben die Wirbelsäule sehr, sehr gezielt in Beugung und Streckung zu bringen. Wenn du jetzt einen herkömmlichen Stuhl hast, setzt du dich einfach vorne ein bisschen an den Rand, an die Kante. Und dann starten wir direkt mit der Übung. Ich gehe in die Flexion, in die Beugung der Wirbelsäule, orientiere mich an meinem Hüftgelenk, ich gehe hinter die Hüfte, mache mich so rund ich kann, Bauch rein, Brust rein, die Schulter ist tief, ich ziehe die Arme nach vorne aus der Schulter raus, Schulter ist in der Protraktion und der Blick weist nach unten. Von dort aus bewege ich mich nach vorne, versuche das mal mit der Lendenwirbelsäule zu initiieren. Becken vor, Brust raus, Arme nach hinten, Schulterblätter zusammen, in die Retraktion, Blick nach oben. Ich bin in der Streckung des Rückens und Rückweg wieder mit dem Becken starten. Bauch rein, Brust rein. Ich bin wieder hinter der Hüfte. Das ist wichtig, dass du das am Anfang verstehst, dass du dich immer vor und hinter die Hüfte bewegst. Und da ist eben die Fixierung über das Sitzen hilfreich. Atme ein, wenn du dich öffnest und aus, wenn du dich nach hinten bewegst. Mach das, solange es dir gut tut, vielleicht eine Minute oder mal zumindest zehn Wiederholungen. Weiter zur nächsten Variante. In der zweiten Variante bleiben wir noch im Sitzen. In der ersten Variante haben wir den ganzen Rücken bewegt und den Fokus etwas auf die Lendenwirbelsäule gelegt. Jetzt gehen wir in die Brustwirbelsäule rein. Damit die mehr arbeitet, versuch deinen Kopf zu fixieren, ihn nicht mit zu bewegen wie am Anfang. Es ist nicht ganz einfach, aber versuch ihn mal zu halten. Wir starten wieder hinten. Und jetzt initiierst du die Bewegung mit der Mitte des Rückens. Schiebst direkt die Brust nach vorne. Die Lendenwirbelsäule ist als letztes dran. Und ich ziehe das Brustbein wieder rein. Die Lendenwirbelsäule ist wieder als letztes dran. Also wir initiieren Top-Down. Den Kopf versuche ich so gut ich kann, auf der Stelle zu halten. Und so komme ich mehr an die Brustwirbelsäule dran. Weiter zur nächsten Variante. Jetzt versuchen wir mehr, die Halswirbelsäule zu bewegen. Hierbei soll uns die Schulter noch etwas mehr helfen, als bei den zwei Varianten davor. Ich drehe die Arme ein, nehme die Schulter nach vorne unten. Die ist also in der Protraktion und in der Depression. Und der Blick weist nach unten. Halswirbelsäule spielt jetzt selbstredend wieder mit. Jetzt schwinge ich die Arme rauf, heb das Brustbein an, führe den Kopf in den Nacken. Und mit der Einatmung führe ich die Arme jetzt über die Seiten runter und das Brustbein hebt sich an. Und mit der Ausatmung ziehe ich die Schulter über hinten hoch, rolle sie nach vorn und bin wieder in der Ausgangsposition. Arme hochschwingen. Da am besten das in der Atemlehre machen, nicht atmen. Jetzt mit der Einatmung. Brustbein heben, Blick nach oben. Mit der Ausatmung rolle die Schulter über oben, oben zurück. Und so kannst du jetzt den Teil Brust- bis Halswirbelsäule besonders gut ansteuern und wieder gut durchmobilisieren. Weiter zur nächsten Variante. Jetzt wird es deutlich herausfordernder. Wir machen die gleiche Bewegung, Beugung und Streckung auf Basis des 90-90-Sitzes, des 90-90-Seed. Den musst du für dich möglicherweise etwas anpassen. Anpassen, es wird etwas leichter, wenn du die Knie etwas mehr beugst und wenn du die Knie ein bisschen nach außen bewegst, dann kannst du vielleicht einfacher sitzen. Es gibt den einen oder anderen, der möglicherweise umkippt, wenn er sich nicht stützt im 90-90-Sitz. So. Du wirst jetzt auch intensiv deine Hüfte spülen und selbige mobilisieren. Betrachte das als schönen Bonus, aber es ist nicht Kern der Sache. Wir bleiben bei Beugung und Streckung der Wirbelsäule. Haben jetzt die besondere Situation, dass deine Wirbelsäule in einer Lateralflektion ist. Also sie ist etwas seitlich gebogen. Du musst dich ein bisschen rüberneigen. Und somit bekommen wir ganz andere Winkel und eine andere Mobilisation. Wir nehmen jetzt einfach mal nur Variante 1, die du vom Sitzen kennst, vom Paleo-Share. Mit der Einatmung vor die Hüfte, Brust raus, Blick nach oben. Und mit der Ausatmung wieder zurück. Und ich starte wieder jeweils mit dem Becken. Ich initiiere die Bewegung über das Becken. Wieder beim Vorgehen einatmen, beim Zurückgehen ausatmen. Die anderen zwei Varianten kannst du natürlich auch auf Basis des 90-90-Sitzes machen. Und hier musst du auf jeden Fall auch noch umklappen und das Ganze auf der anderen Seite machen. Sonst ist die eine Hüfte beleidigt. So, und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen für Stabilität sorgen. Eine Wirbelsäule darf, soll nicht nur mobil sein, sondern muss unbedingt auch muskulär abgesichert sein. Nur dann ist sie auch beweglich, wenn das zentrale Nervensystem sich darauf verlassen kann, dass die einzelnen Wirbelkörper abgesichert sind. Und das machen wir jetzt ganz einfach. Wir benutzen Körpergewicht und Schwerkraft. Ich beuge meine Knie leicht ein. Ich neige mich nach vorn. Umso weiter du dich nach vorne neigst, umso schwerer wird es nachher. Wenn du noch am Anfang stehst, musst du vielleicht ein bisschen aufrechter sein. Ich nehme mal einen nicht so schweren Winkel. Ich lasse meine Hände hier auf Höhe der Kniescheiben pendeln. Und versuche mal die Schulter jetzt auch immer auf den Punkt zu lassen. Jetzt gehe ich erstmal in die Flexion. Bauch rein, Brust rein. Kopf hängt locker. Das ist meine Startposition. Und du kannst auch gerne ein bisschen Schwung mit den Armen mitnehmen. Jetzt bringe ich das Becken in Richtung Hohlkreuz. Ich kippe es nach vorn. Für die Arme nach hinten. Der Blick geht nach oben. Extension. Und Rückweg. Becken geht wieder nach hinten. Bauch rein. Brust rein. Ich bin wieder in der Ausgangsposition. Schulter auf den Punkt gelassen. Hier atme gerne ein. Meter Ausatmung kommst du wieder zurück. Ein und aus. Ein und aus. Kriegst du das Becken nicht mehr sauber nach vorne gekippt, musst du dich wie gesagt ein bisschen mehr aufrichten. Wenn du gelangweilt bist, dann neigt dich etwas mehr vor. Ist aber auch ein bisschen eine Frage in die Wiederholungszahl. Also eine gute Dosierung bewegt sich so zwischen 30 und 60 Wiederholungen. So, hau bitte noch ein Däumchen nach oben raus für das Video, damit es gut gefunden wird und auch andere in den Genuss kommen. Hier oben kannst du es abonnieren, falls noch nicht geschehen. Danach immer die Glocke aktivieren, dass du auch eine Info bekommst, wenn wir ein neues Video hochladen. Hier geht es zu Instagram. Da heißen wir strongonflex. Folge uns da gerne. Teile deine Movement, Praxis in deiner Story und tagge uns. Hier gibt es aber unsere letzten Videos. Ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.